Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play KGND. Ich bin's wie immer, euer Patti. Hier für euch immer noch live am Start und die Mutanten haben es uns diesmal wirklich nicht leicht gemacht. Wieder mal. Wir fahren jetzt schwerere Geschütze raus und hoffen natürlich, dass das hier... Entweder geht es zu Ende oder wir klauen es denen auch noch. Könnten wir eigentlich theoretisch versuchen. Wir hatten ja gespeichert gehabt. Aber da habe ich Angst, dass er von der anderen Seite kommt. Das ist das Problem. Na, nehmen wir mal den hier erstmal weg. Auch eine meiner Lieblingswaffen, die hier. Mal nicht so nah aneinander stehen. Ihr macht euch mal ein bisschen lang hier. Sehr gut. Ich gucke mal, ob wir vielleicht hier noch eine Öldingser finden können. Gleich ein Motorrad schnappen und los geht's. Aber ich glaube, hier müsste mittlerweile alles aufgebraucht sein, was überhaupt an Öl erinnert. Malen wir mal. Malen wir mal. Blöd ist halt, dass sie sich selber mittreffen. Klinik-Truppe macht sich mal da drüben hin. Und dann geht's. Jetzt jagen sie unsere Tankwagen. Finde ich nicht so nett. Er kommt gleich den nächsten. Ja, ich hoffe, die kriegen das hin. So, das war's erstmal mit denen. So, hier gleich den nächsten hin. Hier jetzt der Ölbordrom hin. Das kriegen die jetzt nicht mehr. Das reicht mir jetzt. Die anderen drei... Hier hin. Sehr gut. Also, die haben ganz schön viel durchzuhalten hier. Wir gehen also Schritt für Schritt immer weiter nach vorne. Das Ding kriegt ihr nicht mehr. Ich habe hier die halbe Karte unter Besitz. Tja, blöd gelaufen. Hier gibt es keine weiteren mehr. Ah, gleich mit hier drauf. Sehr gut. Hier müssen wir halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Und die mitkommen. Ihr gleich mal mit hier zur Unterstützung wieder mit hin. So, gleich nochmal zwei mit hier oben hin. Dass wir hier oben ein bisschen Verteidigung haben. Sieht halt blöd aus für die anderen, nicht? So, und da würde ich sagen... Hier gleich mit hier oben hin. Zwei Tankwagen sollen bitte, die gerade nichts zu tun haben, hier hingehen. Eins. Und zwei. Ihr geht da tanken. Haben wir unsere Straße so ein bisschen vervollständigt. Das ist eigentlich nur noch ein Gedanke. So, und dann schauen wir mal, was hier noch an Öl vorhanden ist. Obwohl der hier eigentlich ja noch eine ganze Weile bleiben dürfte, ne? Der ist ja noch richtig voll. So, da könnten wir eigentlich schon mal speichern. Wir machen es diesmal auf Party. Bams. Und da würde ich sagen, wir wagen den ersten Angriff. Zumindest mit denen, die wir erstmal hier haben. Der Rest stellt sich schon mal mit hier hin. Beziehungsweise haben wir ja noch ein paar. So, da haben wir die schon mal weg. Da haben wir noch welche. Immer mal wieder... Die sind richtig gut, die Waffen von denen. Von den Mutanten. Bringt den aber herzlich wenig. So, ein paar haben sie auf jeden Fall noch. So, gleich mal wieder welcher hoch. Lockt sie mit hier lang. Jetzt sehe ich schon mal, dass sie hier drüben was haben müssen. Ah, ich sehe schon. Hier ist sie aber hier schon gut verteidigt. Also... Zumindest die Seite. Gleich überfahren. Wir müssen auf der Seite jetzt schnell verteidigen. Sonst jagen sie uns den Bohr-Turm mit in die Luft. Hier abziehen und nach drüben. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die von drüben kam schon. Jetzt haben wir gleich hier eine neue Einheit. Oh, die müssen ja außen irgendwas haben. Okay. Während die noch aufbauen... Müssen wir hier außen gucken, was hier ist. Bin ich auf jeden Fall schon mal schlauer, dass hier außen... Bei der Freiheitsstatue, die umgekippt ist, muss das Nächste stehen. Vielleicht haben sie auf ihrer Seite noch mehr, als wir denken. Stellt euch da oben mit hin. Hier gleich wieder eine neue Verteidigung an den Öl-Protoren, weil ich weiß, dass sie den haben wollen. Gleich mit hier hin. Das wird der jetzt sein. Ne, der nicht. Der! Hm, okay. Ah, da brauchen wir hier sowieso den neuen. Hier haben wir schon was, aber das ist schon sehr, sehr dreist. Wir machen schon mal einen neuen Öl-Botum fertig. Brauchen wir ja sowieso nicht. Ähm. Okay, ich glaube, die Seite müssen wir jetzt angreifen. Haben wir jetzt hier genug Verteidigung? Ich bräuchte noch ein paar. Zumindest hier auf der Seite. Ja, bleibt mit hier, das ist gut. Hier haben wir noch einen. Okay, jetzt schwächen wir es hier noch ein bisschen. Geht gleich drauf. Lass in die Luft jagen. Greifen sie die andere Seite an. Scheiße, wir brauchen hier Verteidigung. Schnell, 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 schnell weg. Die von hier drüben gleich hier rüber. Rüber, rüber, rüber. Okay. Okay. Wir greifen jetzt hier das Hauptlager an. Greift hier oben gleich an. Wir haben ihre Truppen hier rausgeschickt. So, jagt hier weiter. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen das jetzt nutzen, dass sie uns angreifen. Schnell, wir müssen gucken, was sie noch alles haben. Hier ist schon wieder Ruhe. Macht die Tankstelle kaputt. Verdammt, 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 schnell. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben sie nur noch eine Tankstelle. Das müssen wir nutzen. Gleich mit hoch, schnell. Wir hängen jetzt alle an einer einzigen Tankstelle. Das müssen wir nutzen. Auf jeden Fall. So, Tankwagen. Ja, du erstmal hier zur Seite. Ihr zwei geht hier bei... Nicht bei dem, sondern bei dem tanken. Ah, Mist. Ja. Nein, nicht hier. Bleib da oben. Empfangen. So. Du wollen wir mal. Okay, den anderen werden wir gleich... Ändern. Weil der steht ja auch still, ne? Einsatzbereit. Melde mich zum Dienst. Ei, dass der auch schon zu Ende ist. Mh. Braucht ja ganz dringend Benzin. Melde mich zum Dienst. So, hier gleich... Die abziehen. Alle mit ran. Ja. Ja. Mal mir mal. Empfangen. Ihr geht mit rüber. Los geht's. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Wir haben jetzt Panzer. Wir haben jetzt alles. Mal ganz schnell mit fertig gemacht. Äh, ja. Hier rüber. Mal mir mal. Empfangen. Du gehst hier drüben tanken. Mal mir mal. Ja. Tja, wir müssen jetzt flexibel sein. Mal mir mal. Aber da scheint jetzt nichts mehr zu kommen. Die haben jetzt nichts mehr großartig. Äh, ja. Los geht's. Und den anderen haben es noch nicht dazu gebracht, erstmal die Ölpfütze zu besetzen. Mal. Los geht's. Erstmal die Verteidigung hier wegbringen. Du wolltest kein Problem. Melde mich zum Dienst. Okay. Sehr gut. Schnell bin ich zum Dienst. Sieht übel aus für euch, oder? Okay. Haha, das Ding ist leer. So, wartet mal. Stopp, 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 stopp. So, jetzt teilen wir euch erstmal ein bisschen auf. Okay. Äh, ja. Kein Problem. Kein Problem. Okay. Die nächsten zwei, die herkommen, machen das Abwehrsystem kaputt. Ja. Geht hier drauf. Okay. Da haben wir ja eigentlich schon mal genug. so, ihr macht das hier noch kaputt. Tja, da haben wir es schon mal gut hingekriegt. Sehr gut. Sehr gut. Das auch zerstört. Und nach drüben. Geil mich zum Dienst. Kein Problem. Da haben wir aber diesmal ja richtig dreist, nicht? Die nach und nach das Öl geklaut. Kein Problem. So. Mission Bandit. Ereignisse stehen bevor, Commander, die schon bald über den Ausgang dieses Krieges um die Oberfläche entscheiden. Die Schabenfermer vollenden ihre Angriffspläne. Mutantenführer versammeln sich in eine ihrer Hütten auf den Hügeln. Dort verkündet das Oberhaupt seine Schlachtpläne. Das war deren Zug. Ihr Zug wird sein, heranzukommen, um das Oberhaupt zu beseitigen. Ihre Truppe wird klein sein und sie müssen unauffällig vorgehen. Unnötige Aufmerksamkeit in dieser Lage wäre das Ende. Wir haben zwei auf das Oberhaupt angesetzte Teams verloren. Jetzt ist es ein Rennen, um die anderen Anführer zu erwischen. Los geht's. Okay, aber das Wettrennen, das wird erst in der nächsten Folge stattfinden. Ich freue mich wie immer, wenn ihr da wieder mit einschaltet und sage bis dahin, euer Paddy und ciao.